Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Feed the Beast Together auf Let's Play Games mit dem Alex D. Fenris Und aus Nachos Dem Harry Newman Hallo Aus Hufflepuff Mit Becher im Kopf, Kopf im Becher Und meiner Wenigkeit dem Neox Ist er voll am Bechern, mitten in der Aufnahme, ey Voll am Bechern, ja Sag mal bitte, nein, ich bin dein Vater Du mir den Gefallen, einmal Nein Bis dahin sagt er dir das gerne Ähm Frag mal bitte nach, wo die Rebellenbasis ist Was? Du bist die Rebellenbasis Er möchte also keine Darth Vader Zitate loswerden Klasse Es hätte ein bisschen Fanservice sein können Nevermore weigert sich, schade So ist das So, ich werde jetzt erstmal hier Quantum Armor für mich zusammenschrauben Für dich Ja Und dann ist auch glaube ich wieder so viel Energie unten drin, dass Die, dass ich weiterhin Juju Meta produzieren kann Aber jetzt auf jeden Fall erstmal Quantum Armor fertig machen hier Und ja, ich habe meinen Nanosuit Body Armor schon nochmal gebaut, weil meine Advanced kann ich dafür nicht benutzen Und dann bauen wir als erstes mal die Chest Plate hier So, äh Drei Advanced Alloys Ein Lapotron Kristall, die Nanosuit Body Armor und halt die Iridium Plates Iridium Plates bauen sich wie folgt Ich baue die gleich eh zusammen Ich mache jetzt gerade hier eben noch den einen Lapotron Kristall Der, wo ich jetzt versäumt habe das Rezept länger zu zeigen Das ist dann auch wieder aus dem Power Crystal mit Lapis Lazuli und zwei Electronic Circuits Und, äh, ja Jetzt die Iridium Plates Brauchen wir zehn von, wenn ich den Zählungen glauben Darf Von, äh Dem Sebastian Gehe ich mir schon davon aus, dass ich das kann Ja, für das ganze Set ein Stück Ja, dann holen wir uns mal noch zehn Diamonds Hier für die Chest Plate und jeweils zwei für die rechte Fläche Ah, okay Dann werden wir gleich noch auf dem selben Weg noch Rubber Boots craften müssen Das habe ich nämlich noch nicht gemacht Äh So, jetzt haben wir zehn Iridium Plates Jetzt, äh, können wir uns schon mal dran machen, die Body Armor fertigzustellen Na, gar nicht wahr Ich habe, jetzt weiß ich was vergessen Ich habe vergessen die restlichen, hier die drei Aloys, die die noch braucht Rauszunehmen Wollte ich noch gemacht haben Aber gut, machen wir das jetzt Vorbereitung ein bisschen verkackt Weil, wenn ich fertig bin, die Rüstung aufzuladen Können wir vermutlich erstmal kein Juju Meta machen Achso, ja, das könnte passieren Ja, äh, das, das, das Das dahin Das dahin, dahin Dahin, dahin Und den Lapotron-Kristall dahin So, jetzt haben wir die Quantum Suit Body Armor Jetzt bauen wir noch den Helm Zeit Auch wieder Ach, das Reinforced Glass habe ich verpeilt Reinforced Glass wäre normales Aber gut, wir haben eh welches Ja, was ist noch da Ich weiß gar nicht, ich habe das schon mal für irgendwas gemacht Äh, ah ja, genau Für die Conduits braucht man das, ne? Oder für den Ähm Oder für den Speicher Eins von beidem War es, glaube ich Ja, es gibt unterschiedliches Reinforced Glass und Harden Glass Also, wie wir das jetzt schon mal gemacht haben Für irgendwas hier Äh Auch wieder der Lapotron-Kristall Dann die Iridium-Plates Muss ich eben kurz mein Helmchen hier ausziehen Zack Jetzt haben wir das auch So, jetzt habe ich den Helm und die Chest-Plates Ziehe ich jetzt an Den Rest lasse ich aus Und dann gehe ich in die Lava Tschö Ja Das ist todesmutiger Wahnsinniger Sebastian Mensch hatte die Nano-Schuhe und Hose an Die waren dann nur relativ schnell leer Die waren dann relativ schnell crispy Die waren dann durch Die Stiefel waren sogar außerhalb der Lava, weißt du? Keine Stiefel Die hat's Die haben's überlebt Unten ist der Cobblestone Super Immerhin der Cobblestone Und du hattest Glück, dass du hier Dass du ein Teil von deinem Zeug noch So relativ unwichtigere Sachen So wie ein Hammer und so Den du gerade nicht benutzt hast Noch in dieser einen Ender-Pouch hattest Ja, vor allen Dingen Die Portal-Gun zum Beispiel war da drin Ja, das auch, ja Ja, das wäre böse gewesen Den Verlust Ja Nicht noch eine Besser nicht Bin nicht nochmal No more Aber die erste Portal-Gun war nicht ich Ha, ich hab zwar Quantum-Armor in die Lava geschmissen Aber keine Portal-Gun Wahnsinn Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Portal-Gun günstiger ist zu bauen Als die Quantum-Armor Weiß nicht Ähm Geredium seh ich hier Never Star Seh ich grad keinen Ähm Ja gut Bielefels da Ich überlege, ob ich mal in die Oberfläche soll Mein Klopfer hat ein bisschen Jetzt hab ich hier sechs Jetzt brauch ich aber zwölf Das hab ich jetzt irgendwie Gut, zwölf Und dann mal gucken hier Wohl brauch ich noch zwei Ja, wir haben noch genau Cyan-Wool Alle andere ist anscheinend Ausgewandert oder so Brauchen wir neue Wolle Die andere braucht ich um Die Cyan-Zimmer Brauchen wir für diesen Omni-Range Ah, okay Ja, da hab ich gesehen Das hat irgendwie verschiedene Wollfarben, das Zeug, ne Was es braucht Was, ne Nö, der braucht nur eine Cyan-Zimmer Nur diese Cyan-Zimmer In der Mitte da Ja, gut Okay Ich dachte, das war irgendwie Mit verschiedenen Zwei Diamanten in Gold Und eine Cyan-Wolle Oder sowas Cyan-Wolle Hauptsache Cyan-Wolle Weißt du Wolle vor allen Dingen Der macht voll Ja, Griff schön weich Es macht übelst den Sinn Dieser Griff So weich Ist der neu? Mhm Nein Oh, was So Du wolltest auch nicht Darth Vader zitieren Warum sollte er Aus der Werbung zitieren Jetzt hab ich grad nicht dran gedacht Was passiert, wenn ich Sprinte Wenn ich die Schuhe an hab Was passiert, wenn du Sprintest Während du die Schuhe an hast Ich bin halt was schnell Wobei, das kommt gar nicht Von den Schuhen Das kommt von der Hose Ja Das hast du dir nicht dran gedacht Ja, nee Hab ich nicht Äh Ja Ich muss doch wieder erstmal herausfinden Was für Knöppel das Ding noch alles hat Die Room Hier ist die Room Die Room Jetzt geh mal wieder hoch Warten bis die Rüstung aufgeladen ist Ach ja, genau So craftet man Quantum Armor Ich auch, ich auch Ich brauch bald auch eine Quantum Armor Ja, du kriegst die ja auch Dann jetzt als nächstes So Ich hab eben schon mal Was für nächste Folge vorbereitet Weil der Raum ist soweit fertig Vom Grunddesign Und der Beleuchtung hier Und ich hab auch schon Die zwei Ähm Ah, wie heißt der Kack nochmal Hier diese Jetzt wird er direkt wieder Drafting Tables da Okay Ja die Obereitet, dass man genau sieht Was da jetzt Äh Abgeht Und so Cool I can build stuff now I'm a Builder You're a Builder Yeah Bob oder was? Bob der Builder Opfer garantiert den Gryffindor Nicht du und Herr Amor Wird man nicht frech hier Ich glaub Äh Bob hatte Buddel und Bagger und Mixi Und Bob Und wie auch immer sie alle heißen Bob war ein Engel Angel Bob Sacred Name You know Bob Sacred Bob Sacred Builder Dr. Hu-Referenzen all over again Sacred Bob the Builder Do you have need for comfy chairs Wie die jetzt hier Voll den Radau In der Butze machen Immer wenn ich aufnehmen will Das ist Wahnsinn Sagt in silence We are on air Wir sind auf Luft Äh Nope Nicht Es gibt ja Leute Die sich so Der Spaß dran haben Ich nicht Machste keine Luft Ich hasse Luft Luft ist doof Ich erinnere mich Das war irgendwann mal Zu einem Osterfeuer Irgendwas in Geldern Das war glaube ich Das war Ich glaube Da fand ich Bekannte von meiner Ex-Freundin Aus dem Team Speak Äh Da hatte einer Ernst Versucht Irgendwie Äh Na Motto Hier lass mal Lachgas Ausprobieren Na super Wie wir haben uns alle Irgendwie komplett Dagegen gesträubt Keine Ahnung Wieso Wie die Body Armor Jetzt die Äh Das Zeug schneller Leer saugt Als die Also die mittlere MFSU Als die linke Es nachfüllen kann Das ist jetzt Irgendwie komisch Äh In der Mitte Wird es immer weniger Und in der linken auch Normalerweise Möchte man meinen Dass es dann in der Mitte Die ganze Zeit Konstant bleibt Aber irgendwie Nö Mach mal einen kurzen Abstecher nach Bielefeld Die linke wird gerade Allgemein immer leerer Läuft der Äh Mass Fabricator wieder? Ne Also ja okay Jetzt wird die ja Die mittlere Wieder aufgefüllt Davon Ja Jetzt bin ich gerade Durcheinander gewesen Sind durch Nein Durcheinander 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 Ähm Muss ich mir auch noch so Cant Hapa Hapa Machen Oh ja Wenn du willst Wenn du willst Dass das funktioniert Mit dem Helm Dann musst du das machen So Haben wir denn noch Leere Canes Oder Hast du die alle ich hab nur die gebracht ich hab deinen gang gefunden welchen der aus dem wahrscheinlich die tritzelionen an metherrack stamm hört das kommt drauf an das zum schluss das war ja kein gang das war ja nur so nach oben in schach ist einfach nur mich zu ärgern vielleicht so genau den kens kens wie der helm hier von der rüstung hat eine funktion und zwar kann er ein mit nahrungsmittel versorgen und dafür werde ich mir jetzt ein paar von den kerns machen zwar vermutlich 64 weil sonst macht das kein sinn voll verwirrt hier gerade tin ganz viel tit gib mir mal tit stack warum denn aus tin eigentlich was soll das vielleicht blockt dass sie spielen der nsa ab von meinem essen will alles wissen sonst haben die jetzt aber irgendwie keine probleme ich glaube ich dass die mir eine antwort geben könnte natürlich passiert ist keine idee gefällt ich habe das auch vorher schon mitbekommen aber ich hatte jetzt lust das zu sagen auch so jemand der alles sieht von überall überall im irgendwo so habe ich hier die 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 tin cans hergestellt jetzt muss ich noch porkchop war das was am meisten bringt ne so ungefähr wie es halt sonst auch ist abgestuft haben wir jetzt überhaupt noch pork ne hast du alles vernichtet kannst du auch steak nehmen selbe das ist so wie wenn du das isst steak ist auch alles schon vernichtet worden ja da muss man was anderes nehmen wie viel futterst du denn mehr als wir alle anderen ich hab nur das porkchop genommen ouch das ist irgendwie komik ähh ich hab nur mein berry aber wir haben noch ein bisschen raw beef das kann ich jetzt eigentlich mal bis auf eins machen machen wir haben auch im fight was wir nicht alles haben wir haben zu viele dinge neues brot könnte ich auch mal machen ähm dann haben wir das da rein jetzt machen wir nach unserer energieversorgung gucken hier das ist hoffentlich langsam wieder regeneriert naja da sind 2,2 mille drin da sind eine mille drin machen wir mal ein bisschen mess fabricator an hier knall so machen wir mal 64 jojo meta wenn das denn craft ich daraus mal grad iridium kann ich in dem anderen table machen das ist viel besser hier der work table kann man nämlich dann einfach auf das rezept klicken wenn man das hier schon gemacht hat und dann packt man die hier rein und dann kann man da einfach drauf klicken so fertig viel besser ist das viel besser so ab in die truhe dann kann ich mal nachgucken wie viel da eigentlich noch drin ist Öhm iri iri irth irth irthirium ist das jetzt schon in der neutzahl irthium ne 36 oh wir haben fast äh die nächste quantum armort zusammen du 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 Das heißt, du kriegst deine gleich auch noch. Yay! Um des Zuschauerns willen, macht eigentlich gerade noch irgendwer anderes, was interessant ist, was ich mal zeigen könnte, bis die, bis mein Fleisch fertig ist und die Ich habe Kobalt gefunden. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 Stacks Netherrag. Ich hasse dich. So sehr. Weißt du, was kannst du, kraten? Dann weißt du auch, wie man Zeug kratet. So. Ich komme gleich zurück und krate den Rack. So wie es aussieht, wenn wir mal hier den Sebastian ausspionieren, sieht es aus, als würde der einfach gucken. Aber vielleicht macht er Tools. Wer weiß. Ah ah. Vielleicht macht er einfach gar nichts. Schnell mal zurückgehen und nach dem Fleisch gucken. Tools, 46 und 2. Musikanspielung Deluxe. Wer sie verstanden hat, ich liebe euch. Wenn nicht, ich liebe euch trotzdem. Ei, ei, ei. Da lässt du dich aber auch Sachen ein, du. Wo ist denn das Fleisch jetzt hin? Ja, da. Komm mal her jetzt. Dann gehen wir mal hier durch. Dann gehen wir mal zu der Maschine, deren Namen ich noch nicht herausgefunden habe, weil ich Tooltips aus habe, um das Fleisch in die Dosen zu tun. Dosenfleisch. Ja. Na da. Ja. Canning Machine. Welche Überraschung. Okay. War verkehrt herum? So ist richtig. Na, besser. Nimmt das Ding nur LV? Oder, äh, seid gerade einfach, weil? Ähm. Was? Was? Achso, ne, das war, das hat sich so ergeben, weil da halt LV da ist. Okay. Dann lassen wir das da mal gerade machen. Hüppen wir mal hier runter. Und dann, äh, hup. Mal noch nach der Geometta gucken, wie er das da vor sich hin. Auch praktischerweise direkt durch den Boden gefallen. Muss ich wieder aufhören, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend sprende, sonst ist meine Rüstung hinterher noch einfach leer. Hat die auch so einen Long Jump? Oder? Ne, ne? Hat die nicht. Man kann, glaube ich, höher springen mit dem Boost Key, was irgendwie derselbe ist, wie der Zoom. Ah, okay, dann habe ich von mir umgelegt. Ja, geht. Also funktioniert das bei mir nicht. Gut, boing. Boing. Habe ich wegen meinem Jetpack, habe ich das umgelegt. Ja. So. Hüpp. Aha. Aha. Ein wenig Iridium craften hier. Ein Iridium, genau zu sein. Fail. Konnte die Amo noch irgendwas Tolles? Außer einen beim in die Lava rumschwimmen, äh, schön am Leben erhalten. Wasser atmen. Ah, genau. Das auch noch. Eine sehr stille Folge insgesamt. Nitro Creeper. Nitro Creeper. Nitro Creeper. Er ist tot. Okay, das ist immer noch nicht fertig, da werden wir uns die nächsten drei Jahre drauf freuen. Hinsatz gehen. Fangen wir hier nochmal hoch zu dem Essen. Essen. Verbraucht er natürlich auch wieder Stadt, die so heiß ist. Alles gut. Ja, da sitzt eine Stadt, gibt die so heiß. Ja. Warum nicht? Jetzt können wir das Spring mal hier ausprobieren. Wollen nette Leute sein, die Essen. Bounce. Bounce. Oh mein Gott. Bounce. Gut, okay. Ja, vielleicht. Hast du Vorurteile gegenüber Essen an? Nein, ich war bisher nur nicht auf die Idee gekommen, das bewerten zu wollen, ob es gut ist, dass es diese Stadt gibt. Dass es eine Stadt gibt, die so heiß ist. Also diese Stadt könnte es ergeben und sie könnte anders heißen. Oh, bollocks. Macht das jetzt mit jeder Can irgendwie ein, eine Keule voll? Weil es hat nämlich gerade mit einer Can halt, hat vier Canns verbraucht und ich hatte so vier Keulen der. Ich hab ein Gas gekillt. Wenn ich das mal so überschlage, dann würde ich die Frage einfach mal mit Ja beantworten. Ja, es hätte ja auch sein können, dass es gerade nur irgendwie abgespackt hat, weil ich es gerade ins Inventar getan habe, aber gut. Muss man ja ständig, braucht es zwei Inventarplätze und muss man uns ständig nachfüllen. Ja, super. Jetzt weiß ich echt nicht, was ich praktischer fand. Das ist damals, dass es das aus der Energie genommen hat oder jetzt das mit den Dosen. Wird ja jetzt sagen, möchte jemand meine, also irgendwie jemand meine Advanced Nano Chest Plate haben, so lange, bis er seine Quantum Armor hat, aber das lohnt sich auch schon nicht mehr, das so rumzutauschen. Eigentlich sollte ich die, aber das ist wieder noch ein Inventarplatz, der verschwendet ist, wenn ich die da drin behalte, wenn ich die ja für das Jetpack benutzen will und eventuell als Auflade Rucksack. weil ich kann die ja in den, bei der, bei dem Armortab, wenn man da Zeug reinlegt, auch wenn das da nicht hingehört, dann bleibt das ja trotzdem da drin, das verschwindet ja. Scheiße. Das ist ja. Gucken hier. Glaub ich, hier komme ich nicht weiter. Einfach da unterbringen. So. Jetzt habe ich das irgendwie da in dem Accessoireslot drin, jetzt kann das da bleiben, dann nimmt es keinen Platz weg. Ob das Essen wohl auch funktioniert, wenn man es da hinpackt? Hm. Na, das Problem. Nein. Erstmal schmeiß ich es aus dem Inventar raus. Gucken. Essen mal da hinpacken, gucken, ob es funktioniert. Okay, mittlere MFSU wird angezapft. Lassen wir das mal gerade laufen. Und kann ich ja nochmal, was kann ich denn gerade mal machen? Gehen wir denn mal hin? Gehen wir mal nach, äh, nach Bielefeld. Vielleicht finde ich ja da so den Gang oder Schacht, um den mal auf Video zu zeigen. Während da Juju Meta produziert. So spannend ist das dann ja doch nicht. Bist du, in welche Richtung bist du rausgegangen vom Portal aus auch wieder hoch, oder? Äh, ich jetzt, oder wie? Ja, Sebastian. Andere Richtung als die Treppe. Da ist trotzdem hier schon einer ausgerastet, so halbe Höhe, Treppe hoch, nach rechts hin. Äh. Rechts? Ja, also sozusagen gegenüberliegend von dem Ausgang zu unserem See da. So. Kann sein, da ist aber sonst nicht viel passiert außer dem Gang. Muss man ja voll rumklettern hier. Ah, hier ist ein Gang, der einfach gerade ausgeht. Das war, glaube ich, aber ich irgendwann mal, oder? Nee. Ich bin ja auch mal ausgerastet, so ein bisschen. Hm. Okay, jetzt ist der Punkt angekommen, wo ich mich an die Lava stellen sollte, um etwas Dummes zu tun. Vielleicht nicht. Ich könnte die, äh, im Moment, er sagt, 14, 14, 15 vollen Stacks Netherrack auch über die Ender-Pouch, äh, zu euch transportieren. Könntest du machen, wenn du es kraten willst. Let's create this shit. Kann es eigentlich sein, dass irgendjemand die den Stencil-Table und den Part-Bilder umgedreht hat? Ja, irgendwann beim Abreißen und dann wieder aufbauen ist das Ding mal verdreht worden. Oh mein Gott. Aber wer macht denn sowas? Ich wusste nicht mal, dass das mal abgebaut war. Es war irgendwann mal ab gewesen. Ah, okay, da füllt es übrigens nicht das Essen nach. Aus dem Slot. Uh, hallo Lavasee. Hallo, Diox. Den können wir dann wohl als nächstes benutzen. Ich glaube, was der Lavasee sagen wollte, ist, dass die Episode sich langsam seinem Ende nähert. Okay. Ähm, dann renne ich hier gerade mal durch den Gang zurück, der vermutlich der Gang von Sebastian ist. und, äh, ja, ähm, wir sehen uns wieder in der, äh, nächsten Folge von, äh, Feed the Beast Together. Ich sag schon mal tschö und, äh, wünsche euch viel Spaß und Dankeschön fürs Zuschauen und lass die anderen tschö sagen. Ja. Äh. You know the deal, you know the drill, wir sehen uns wieder. Maletio. Tschö. Tschö. Tschö.